Basti, du strahlst dir wie ein Kernkraftwerk. Ich freue mich aber, dass Weihnachten ist, Papa. So. Kartoffelsalat und Würstchen gibt es jeden Dienstag im Altenheim. Ach, Mami. Warum machst du nicht mal was anderes, Gidi? Kartoffelsalat und Würstchen ist Tradition zu Weihnachten. Das hast du schon gemacht, als ich noch klein war. Tradition ist kein Argument. Bei mir gab es das nur, weil dein Vater das Weihnachtskirrchen vor dem Nikolaus versoffen hat. Brigitte, es reicht. Fängst du jetzt auch noch an? Ist alles super, Mama. Und wenn Oma mal was anderes will, dann können wir im nächsten Jahr einfach ein bisschen variieren. Wisst ihr was? Nächstes Jahr könnt ihr euer scheiß Weihnachten allein organisieren. Super, Niklas. Was? Ich habe doch gar nichts gesagt. Genau. Ich habe doch gar nichts gesagt. Mehr Alkohol. Boah, ey. Echt super. Boah, ey. 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 Bis zum nächsten Mal.